also leute heute starten wir ein video also ein kanal für jemanden und er checkt einfach nicht dass man einfach hallo sagt am anfang okay er weiß nicht wie er wie er dieses video starten soll da habe ich ihn jetzt ganz gut ist da mache ich jetzt hier ein video für euch während er sein erstes youtube video aufnimmt sozusagen als erinnerung und ihr werdet es dann live miterleben also nein nicht live weil ihr seid nicht live dabei auf jeden fall bauen wir gerade so einen server aber ich werde euch noch nicht so viel davon zeigen jemand hat außerdem auf jeden fall stopp ich zeige euch jetzt erst mal die map also hier kommt alle zu mir tp ist das raum so also der mir ist mitgekommen deswegen da ist ja ich weiß okay jetzt kommen wir hier wir zeigen euch erst mal den saloon die auch da kommen können wir doch mal neu machen bitte es gibt keine fehler in den aufnahmen es gibt nur zufälle sagen wir es so jeder fängt mal klein an außer also ich ich starte einfach direkt großteil start jetzt die aufnahme außerdem die leute die aufnahme von seinem von seinem video werdet ihr noch auf seinen kanal finden erster link im angepinnt kommentar würde ich sagen oder oder wo soll ich verlinken ja welchen so so bist du denn jetzt wenn die jahr die welt okay mal gehen erfüllen ungefähr so aber du siehst es nicht so er hat uns auf er r aber also da hat er auch etwa 1 drücken jetzt damit hier so und ich dachte jetzt hier aufnehmen wenn ich nicht noch aber auch einfach nein ich warte ich habe jetzt er hatte können wir das nicht so irgendwie machen damit wir wissen wo wir hinschauen müssen ich denke ich schon einfach nur jetzt der kommen doch jetzt mal das war es zu haben komm leo noch 8 hatte ich sage wenn ich sage mal heute bekommt es mein erstes okay ich schneide dieses video gerade 500 jahre bis der mal seine scheißaufnahme starbend moin leute willkommen zu meinem allerersten youtube video ich hab hier paar ähm youtube ich habe ich wegen aber meine sehr großen alle 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 vielleicht ich bin 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 ich an der Stelle ich bin ich also wie also das ist Hauptsache wird hauptsächlichen mein kürt kann man wenn hier werden man geht andere Licht und wir bauen tatsächlich gerade an eine Server, auf den ihr auch schon bald joinen könnt. Also wenn ihr fertig gebaut seid, das dauert vielleicht noch in zwei Wochen. Zwei Wochen. Ne, ich glaube es dauert noch länger. Auf jeden Fall wollen wir noch nicht den Namen legen. So, auf jeden Fall gibt es jetzt hier mehrere, also man sieht hier schon mal wie der Aufbau ist, weiße, fragt warum, was hier dieser Gold Dings da machen soll, also der Bespiels hat gerissen, das haben wir jetzt hier nur zum Bau gemacht, der wir hier diese Inseln, Arrrrrr. So, ich habe meine, ich auf einmal beraten, was machen wir jetzt Leute? Ja, zum Bau, was, na, wird der. Der als Käse, das muss ich in Chat schreiben. Puh, nicht mach ich, alles gut. Hier hier stehen bleiben, ich bin ein großer Fan, äh Justin Nörth. ja 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 Dustin, ich bin zugegeben, wir sind deine größten Fans bitte gib mir auch wieder ich bin auf der Wanker Star, Edden bitte Jimmy der Arme ist so krass und auffordert Hilfe 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 Justin, wir möchten auf dein Wanker Star, bitte gib mir auf die IP bitte bitte er zeigt jetzt den Server, er zeigt jetzt den Server also nein ich zeig nicht Leute ihr wollt jetzt Server sehen Jimmy Schein so wo ist der Server? Direkt vor eurem ja aber du musst nur die Gebäude sooo um und eigentlich liegt noch nicht die IP die Seite noch da ja so weil es war für eine Sekunde ruhig da dachte ich irgendwie irgendwas es ist nicht gut ich werde so wie es noch paar Sachen deine Mutter ja so geht es Junge sein, wo er sich jetzt so kleine Gespräche so ich gleich Müll Gespräche rauschneiden werde und das hat mir okay die Sonne, okay jetzt ab hier wird jetzt schon der nächste Cut kommen Digga, sag nicht, wenn die ganze Zeit deine komischen Cut kommen so so Leute, wir würden sagen, also ich würde schon sagen dass wir mit dem Bauern jetzt anfangen würden also ich zeig euch hier erstmal was ich gebaut habe ich habe nämlich diese schöne Hütte gebaut eigentlich wollte ich da drüben noch die Gamescom bauen aber das ist jetzt eine Bar hinbekommen passt absolut nicht Copyright Gamescom ist jetzt Copyright gell ja Gamescom ist Copyright ähm also komm okay okay kommen sie mal bitte hoch kommen sie bitte hoch hier sehen sie äh das tolle Zimmer mit äh mit einem Bett das genau ab jetzt hier steht ja also es ist echt cool ich weiß also absolut außerdem abonniert alle meinen Kanal und Justin Nerds Kanal irgendwie ist gerade eine Fehlermeldung gekommen aber es war nicht auf meine ich dachte es war für meine Aufnahme aber ne es war nur irgendwie so eine andere dann ist es ja nicht so schlimm und ich würde sagen jetzt wende ich mal meine Aufnahme denn den Rest könnt ihr in Justin Nerds neuem Video sehen also unten im angebilden Kommentar verlinkt also tschau Leute tschau Leute